Hallo und Willkommen zurück mit einer neuen Folge Yakuza Zero. Ja in der letzten Folge haben wir endlich das Immobilien-Business abgeschlossen. Können zwar immer noch auf die Finanzen davon zugreifen, was sehr praktisch ist. Und haben den letzten Kampfstil von Kiryu freigespielt. Den Dragon of Dojima, der sehr praktisch ist. Alles was man da freischaltet auf alle anderen Kampfstile auch übergreift. Ja und jetzt würde ich sagen machen wir ein paar Sub-Stories. Allerdings ist die Frage wo gehen wir hin? Ich würde sagen wir probieren erstmal hier dieses Ferngesteuerte Autorennen gedöhnt aus. Wir haben hier ein paar Teile zwischendurch gewonnen und gefunden. Vielleicht kriegen wir hier mal was geschissen. Bis jetzt haben wir eigentlich nur kassiert. Oh da braucht jemand Hilfe. Kurz eingreifen. Ist schon episch die Musik von dem Kampfstil im Hintergrund. Das ist so easy. kein Problem für uns. Probieren wir noch mal unser Glück hier. Okay, erstmal das Auto ein bisschen runter pushen. Das hat viel zu krasse Teile drin. Oder können wir, haben wir immer noch keinen neuen? Reifen. Ah, okay. Oh, das geht gut. Sollte man vielleicht lesen, was da steht. Und dann. Sollte hier. Okay. Oh, das klickt auch gut. Ja, das klingt gut. Okay, zwei neue. Oh, das klingt gut. So, dann sind wir aber immer noch bei 25 Punkt. Okay. Ich glaube, ich hole die Batterie gebrochen. Keine Ahnung, ob man eine andere Batterie braucht oder nicht. So, wenn ich das weg mache, fallen wir auf 19 und dann können wir glaube ich an allen einen Rennteilen. Aber ich habe keinen Plan, ob wir jemals gewinnen. Vielleicht gibt es einen Guide im Internet, was ich ausrüsten muss, damit ich gewinne. So, okay. So, okay. Den einen, den hatten wir gewonnen. fahren wir mal hier. So, die fahren meistens so krass vorne weg, dass ich überhaupt keine Chance habe. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich sehe, dass ich nicht mehr so krass. Ich werde nicht mehr so krass. Ich werde keinen boost drücken, weil wir scheinen auch so das Rennen zu gewinnen. Das ist so krass. Ich sehe, dass es so krass. Das sieht sehr gut aus. Ich bin immer noch krass. Vielleicht kriegen wir sogar einen überrundet. Ja, da ist es schon passiert. Die anderen zwei, vielleicht auch noch. Oh, das... Ah, sehr schön. Vor der Ziegelinke noch mal einen Boost reingehauen. Sehr schön. Endlich mal wieder gewonnen. Los geht's! So, dann haben die vielleicht neue Teile, die man kaufen kann. Wobei wir schon richtig gute haben. Ja, Entschuldigung. Okay, nichts Neues. Schade. Probieren wir einfach mal das nächste Rennen. Okay, dann starten wir! Hier können wir bis 25. Können wir noch ein bisschen was machen? Farbe, was ist das? Okay. Wieso kostet das ein... Oh! Das ist ja krass. Corner Ring. Benutzen wir mal. Dann haben wir noch einen Punkt zur Verfügung. Und dann starten wir mal. Hoffen wir auf das Beste. Oh, die Spannung steigt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, du Scheiße. Da sind wir ein bisschen schnell in den Kurven. Ich glaube, das wird nichts. Und wieder da rein, damn it. Ah, diesmal haben wir die Außenbahn. Das ist gut. Bei der Außenbahn haben wir keine Probleme. Jetzt sind wir in der Mitte. Das könnte vielleicht auch noch gut gehen. Ja. Das könnte eng werden. Hoffentlich geht das da auch gut. Boah, sehr schön. Ah, fuck. Zwölf Runden. Jetzt müssen wir wieder gleich drücken. Unsere Leiste ist aber schon fast leer. Es sollte reichen. Boah. Sehr schön. Oh mein Gott, das wird eine enge Kiste. Ich hoffe, wir fliegen nicht in der zwölften Runde raus. Ich hoffe, wir fliegen nicht in der zwölften Runde raus. Oder das müsste die zehnte. Nee. Wann? Nee, der neunten sind wir wieder da. Wenn wir die neunte Runde überstehen, dann gewinnen wir das Rennen. Jetzt wird es spannend. Diese zwei Kurven. Oh. Problemlos. Wieso geht es jetzt auf einmal problemlos? Wir haben Geschwindigkeit verloren. Kann das sein? Aber solange wir Erster sind, stört mich das nicht. Keiner, der uns überholt. Zumindest aber sie kommen näher. Das könnte oh. Das wird eine enge Kiste jetzt. Aber das sieht gut aus. Jetzt kann ich den Boost anmachen. Sehr schön. Nicht mal rausgeflogen. Nicht mal rausgeflogen. aus dem Nichts kommt er so eine Frage. Mann. Nein. Ja, das war's. Ah, Kinder können solche Blagen sein. Okay. Was bedeutet das erste Wort? Heißt das, wir machen einen wie die Kinder? Hey, komm. Wir sind doch nicht so gemein. Äh? Äh. 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 Ach du Scheiße, ich habe nicht mal Händchen gehalten. Ah, meine Freundschaft. Ja, ja. Das war doch schön. Oh, da hinten liegt was. Luca Kanae. So. Gehen wir direkt nochmal ein Rennen fahren. Oh, neue Teile. Sehr schön. Wir haben jetzt... Ah, da fällt mir ein. Ah doch, wir haben Kohle. Könnte ich ja direkt mal ein bisschen investieren. Oder? Beast Mode gefällt mir am meisten eigentlich. Mit am meisten. Ähm. Was holen wir denn? Blablablabla. Okay. Ah, das ist gut. So, dann würde ich sagen, kaufen wir die Parts, fahren ein Rennen. Oh, was passiert jetzt wieder? Hm. Okay. Sub-Story. Sehr gut. Ah. Hmm. Ja, jetzt wo ich hier die ganze Zeit sehe, wie die damit rumspielen, kriege ich selber so ein bisschen Lust, irgendwie so ein Kellerzimmer zu haben, wo man sich so eine schöne Bahn aufgebaut hat, Carrera mit paar Kollegen, schönes Bierchen dabei, das klingt eigentlich nach jede Menge Spaß, aber der Nachteil ist, das wird auch schnell langweilig. Ok, natürlich, akzeptieren wir, der Typ hat jetzt wahrscheinlich volles Krasse, ok, 20 können wir nur, wir sind auf 25, so, was muss ich da wieder machen, den Seitenstabilisator, wenn ich den weg mache, kann ich schon fahren, ja, das mache ich, so, dann fahren wir, da gibt es nur eine relativ enge Kurve, da müsste die Leiste eigentlich ausreichen. Ah, das ist die Kurve. Die Bahn wird immer enger, jetzt könnte es, bei der nächsten Runde könnte es eng werden, die innerste Bahn, war sehr gut. Was ist mit, was ist mit dem, der hat schon verloren. Sad Story. Ok, das war ziemlich eintüglich, das Rennen. Ja. 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 unf Ah, cool, neue Farbe. Okay, im Park gibt es da noch eine Substory. So langsam finden wir die ganzen Substories. Und ich bin da planlos durch die Stadt gelaufen und habe nichts gefunden. Oh, die sind alle neu. Alles gekauft. Oh, das gibt sogar Completion Points, sehr schön. So, die Parts haben wir gekauft, würde ich sagen gehen wir kurz zum Park. Der ist ja hier direkt um die Ecke glaube ich. Jep, da stehen sie schon. Hm? Oh. 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 Der fordert uns jetzt bestimmt heraus. Ich hör's schon. Hm. Ja, ein kleiner Gangster. Okay, da droppen die Sub-Stories auf einmal aus dem Nichts hervor. Ja, aber ich laufe erstmal zu unserer Base zurück, ein bisschen Taschengeld einsammeln, und dann geht's weiter mit diesen kleinen ferngesteuerten Autos. Hier noch einmal um den Block, und dann sind wir auch schon da. 90 von 100 Kilometer schon, sehr schön. Kurz einsammeln. Bald haben wir auch 50 Milliarden schon eingenommen. Hier können wir noch ein bisschen investieren. Ein bisschen mit Miracle Johnson. Nicht mehr lange haben wir alles auf S. So, wär's gut bei Fressbuben. Hier. So. Ja, würde ich sagen, die Folge wird mal schön knackig, nicht so überlang wie die anderen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Wir machen ja jetzt langsam mal gute Fortschritte mit den Sub-Stories. Das bedeutet, ja, bald wenden wir uns. Okay, was heißt bald? Noch ein paar Folgen, und dann geht's endlich zu Goro. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann! sisht presumg ,… … хm. Untertitelung des ZDF, 2020